Musik Good morning! Einen wunderschönen guten Morgen aus sunny Southern, California. Das heute ist echt genial. Ich wollte euch gerade sagen, was am Programm steht, aber eigentlich weiß ich das noch selber nicht ganz genau. Wahrscheinlich Rock of Fame und so ein paar Sachen im Science Museum. Und jetzt gerade sind wir auf einer Butterfly-Jagd. Also mal schauen, wie erfolgreich wir sind. Aber ja, ich melde mich später wieder. Tschüss! Let's go up the Piano Staircase! Und nach diesem Yummy Snack ging's dann ins Dolby Theater, wo ich mal wieder nicht filmen durfte. Aber ich war da, wo Leute wie Brad Pitt sonst sitzen und ihren kleinen goldenen Oscar abholen. Und weiter ging's dann ins Madame Tussauds Wex Museum. Ach, ich kann das nicht aussprechen. Aber Mr. Arnold mussten wir schon besuchen. Schon lange nicht mehr gesehen, Arnie! super erfolgreich war ich nicht. Ich sage jetzt mal so viel, meine Host-Kids haben mich geschlagen, aber meinen super riesengroßen Club-Sandwich habe ich mir trotzdem verdient. Wir waren jetzt gerade im Science Center California, aber wieder mal. Nobody allowed. Also, kein Wunder, dass ich nichts gefilmt habe. Aber diese Space Shuttle, ich kann nicht unterbrechen, diese Space Shuttle ist echt extrem groß. Hat die Lust auf ein kleines Space Shuttle? Ein Frommi? What? What? Und auch, obwohl wir mitten in L.A. waren, ein Stückchen Österreich musste dann doch her. Es ging nämlich zu Wolfgang Puck. Yummy, yummy, yummy. Good morning. You say good morning in the video, and then Oprah. Okay. Hola. Hola. Okay. Good morning. Hola. Good morning. Today number three. Wir sind gerade am Farmer's Market. Und, of course, im Sticker Planet. Nein, das ist echt zins hier. Und da laufen wir halt so mit unseren Short Shorts im superheißen L.A. Wetter herum und finden einen 100-foot-hohen Christmas Tree mit 15.000 Ornamenten. Say what? Und ein bisschen Schaufenster-Shopping am Rodeo Drive musste dann natürlich auch noch sein. Wir sind gerade am Rodeo Drive musste dann natürlich auch noch ein bisschen Schaufenster-Shopping am Rodeo Drive. Lee intake. Wie реal. Oder pumpen zusammen. Das ist ein paar. Wir sind gerade am Rodeo Drive. Sehr gut. Und da läuft uns auf Rodeo Drive. Oder Seine. Drei auch mal. Hier bin ich mein Rodeo Drive. Jäuty-Hausze. Und da�� ist auch nicht so großartig. Und da ist auch nicht so großartig. Und da ist auch nicht so großartig. Wie geht es auch nicht so großartig. Du bist逃artig. Hi! Und ein wunderschöner Tag geht zu Ende an Santa Monica Pier. Oh mein Gott, es ist November und ich spüre Sound zwischen den Zähnen. Was geht hier ab? Und da ist das, warte, wo ist es? Das Ferris Wheel. Das, wo wir gerade oben waren. Und ja, ich glaube, das sagt alles. Palmen, Sonnenschein. Ah! Amazing! Yummy, yummy, yummy! Ein letztes Mal hieß es dann noch Good Morning LA. Und das war aber nur ein kleines Vorfrühstück, weil danach ging es nach West Hollywood zu einem richtig guten Frühstück ins WeHo. Und don't charge, okay? Okay, und dann waren wir aber wirklich am Weg zum Flughafen. Und ich habe euch jetzt nur noch eine kleine Überraschung hinten dran gehängt, die im Flugzeug passiert ist. Und falls irgendwer da draußen heute Geburtstag hat, alles, alles Gute von mir zu wo auch immer du gerade bist. Und danke fürs Zusehen. Tschüss! Und da war es euch zu tun, wenn du hier bist. Und da war es euch. 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 Und da ist euch. Look at all the candles on your birthday cake, baby, baby. You like that? All right, everybody. Let's sing Happy Birthday to Miss Charlotte. Happy Birthday to you. Come on, everybody. Happy Birthday to you. Happy Birthday to Charlotte. Here you go, girls. Happy Birthday to you. Now, Charlotte, on the count of three, everybody get ready because she has to blow all these candles out. So don't turn them off yet. Everybody get your fingers ready. Charlotte, are you ready? On the count of three, you've got to blow all the candles out on your birthday cake. Here we go. One, two, three. Close, Charlotte. Go, 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 go. Thank you so much. La, la, la. La, la, la. Untertitelung des ZDF, 2020